Herzlich Willkommen auf dem Kanal Cut It Out. Hier findet ihr unterhaltende Let's Plays im Team oder Solo. Unter anderem von World of Warships, War Thunder, N64-Klassikern und vieles mehr. Aber auch Kunst und Kritiken zu Filmen und Serien. Da der Cooper aus der Film- und Fernsehecke kommt und außerdem auch musikalisch unterwegs ist, soll der Kanal in Zukunft um diese Bereiche erweitert werden. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.